Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Chivalry Week 2. In der letzten Folge haben wir wieder Deathmatch gespielt und ich muss sagen, dass die gestrige Folge hier deutlich besser lief als die davor. Und ich habe auch gesagt, dass ich für diese Folge hier gewünschten Modi spielen will, aber da es heute wieder so unangenehm warm ist und ich hier gefühlt jetzt schon wieder komplett am schwitzen bin, schon wieder fast komplett schweißgebaddet meine ich, kann ich mich hier nicht so komplett dann hier so auf das gemischten Modi für 40 Spieler oder für 64 Spieler konzentrieren, weil ich bin nicht hier so spitze. Ja, deswegen spielen wir heute noch einmal Deathmatch. Ich hoffe, das schaut euch nicht. Ich bin nicht lange gequoschen, wir wollen einmal spielen. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder reinkopfe. Weil als ich gestern hier nochmal hier schimmelig gezockt habe, habe ich auch nicht reingeschissen. Weil das war aber auch abends, wo hier gefühlt wieder mindestens 5-10 Leute wieder auf mich reingeklatscht haben bei mir. Komm schon, Deathmatch, finde was, geht doch. Och nee, ey. Die Map hatte ich gestern Abend auch, Junge. Diese Map ist der größte Scheißhaufen, ey. Die ist viel zu klein für Deathmatch. Ja, da geht jetzt gemütlich schon wieder los hier. Und da bin ich mit meiner Kack-Ax. Ja, wird schlagen und stopp. Das war ein Legender Trippetil. Und ich bin von drei Spielern gleichzeitig abgeschlachtet. Was kein Wunder nicht. Los geht's. Mann, ist das schon wieder warm hier, ey. Genau. Ja, genau. Genau. Ja, was ist denn das? Ich kann mich nicht mehr so mit meinem Spawn wegbewegen. Was ist für Spawn-Camp, ey? Das meine ich, diese Map ist viel zu klein, ey. Ey, da ist schon hinter, sind schon zwei KI, direkt hinter mir. Alter. Natürlich, ich werde abgestaubt. Ich werde abgestaubt. Wie lost kann man sein, einfach mit einem Typen abgestaubt, ey. Au. Au. Natürlich. Und statt euch gegenseitig zu bekämpfen, nö, teamt erst mal. Junge. Hat man euch nicht beigembrach, was Team Deathmatch ist, ey, Junge? Ich glaube, die Jugend von heute ist komplett verdummt. Ich hasse diese Axt, die ist so rotz. Natürlich. Natürlich. Ich habe auch eine Tauphäe bekommen gerade, aber ich konnte nicht richtig hinsehen, was da was für eine Tauphäe ist. Alter. Alter. Ich hasse diese Axt. Die ist der größte Rotz, ey. Was? Ja, ich wurde auch die ganze Zeit abgestopft von so'n Penner, ey. Pff, Alter, ist das warm. Fünfmal gestorben und nur drei Kills gemacht. Mann, war ich scheiße. Irgendwann wieder das offene Feld hier. Die Schlacht von Wardenblade. Oh, überspringt den Scheiß, das ist doch unnötig. Ja, mach mal hin, das Spiel. Oh, jetzt wird irgendwie voll gelabert. Den hört man nicht mal richtig, Mann. Ja, bla 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 hat dein Maul. Doch nun muss man immer direkt zu Beginn voll gelabert werden. Was macht die KI denn da? Albrecht getötet. Ja, ich weiß nicht, was die KI da macht. Ich wollte die kaputte KI töten. Klaus getötet. Okay, wo läuft der denn hin? Oh. Ja. Ich muss mich verarschen. Ja, was ist denn das? Ja, geht's noch? Ja, ey, was ist denn das? Was genau? Ja, genau, was ist das für eine OP-Waffe, ey? Eine Waffe, die raus aus dem Spiel muss. Nur guck, wie schnell jemand damit schlagen kann, Junge. Ey, ich spore direkt beim Gegner, was ist das? Junge, was ist das für ein Scheiß? Junge, das Spiel ist der größte Müll, der Welt, Mann. Besonders das Spornsystem ist der größte Brot. Ja, genau, äh, ja, ach, komm! Junge, nur abstauben können die Lacken hier. Ja, natürlich, was ist denn das jetzt schon wieder? Oh, mein Gott! Ja, ey, oh, alter Schwede! Selbst die KI kann nur abstauben. Ja, natürlich! Was ist das? Junge, ich spore eine Töte ein und dann klopfen wieder 5000 Leute auf mich ein. Alter, geht's noch? Ja, was ist denn das? Ich spore und bei mir sind direkt 5000 Player in der Umgebung. Sag mal, geht's noch, ihr hobbylosen Penner? Das Brot-System ist der größte Scheißhaufen von diesem Spiel. Ja, natürlich, jetzt wird mir der Kill auch abgestaubt. Leute, ist das so hobbylos? Wie selbst solche Fortnite-Kitts, die nur abstorben können. Alter! Willst du mich verarschen? Du willst... Ey! Alter, diese Spiegel ist so schlecht, ne? Dazu kann ich nichts anderes sagen, wie ich scheiße das Spiel ist, ey. Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ja, natürlich, alles klar. Ja, ja, ey, was ist das? Ja, ey, was ist das? Ja, natürlich! Ja, Junge, Alter, das Blocken ist auch der größte Rotz. Ey, soll das ein dreckiger Witz sein? Meine Fresse! Oh, mein Arm, Impossible, ja, genau. Natürlich! Ich krieg die Krise hier. Was? Eine scheiß Dam-Ax kann keinen One-Hit machen. Ey, was ist das? Natürlich! Jetzt wird der mir auch noch abgestaubt. Das ist so ein schlechter Witz. Ja, natürlich, was ist das für Drecksteaming? Ja, natürlich, was ist das für Drecksteaming? Willst du mich verarschen? Die können alle nur teamen und abstauben! Ja, natürlich! Und dann? Ich bin unruhig! Ich bin unruhig! Ich bin unruhig! Where are you? Keine Witz! Ich bin unruhig! Ok! Ich bin unruhig! Und dann? Ja, ich bin... Und ich bin unruhig! Und dann? Ich bin unruhig! Und dann? Und dann? Ich bin mir das für mich! Und dann? ja bitte verlassen ja ich würde sagen das war es gerade ich werde noch kurz was sagen ich habe ich ja gerade vergessen wieder spielen also ich finde ja bezüglich der mensch und nicht dass dort hier im death möchte ich meiner manche nach was das programmieren angeht null mühe gegeben wurde erstens im deathmatch wo eigentlich alle gegen alle sind meinen hier spieler auch ja wir rennen mal zu zweit auf einen spieler und töten den oder hier ja man will sich hier gerade so ein kampf einmischen was machen andere spieler ja wir klatschen mal zu dritt auf einen spieler das ist so ein dreck spiel also meine meinung nach junger ich kann mich doch dieses dreck spiel das so extrem schlecht programmiert ist nur aufregen ist nicht mal das richtige support hat man hier support macht nichts wenn hier gegner im der gegner im deathmatch hier team oder hier was ich den brungsschützen töten wollte da hier so meint sich den ich töten wollte kann mir so ein anderer brungsschütze angeschissen meint mir den rücken zu schießen jedenfalls ich finde das spiel nicht komplett scheiße aber ich finde einfach was die regeln der spiel angeht und dass die im deathmatch die ganze zeit geteamt wird wenn ich einfach nur einfach schlecht gemacht von dem spiel dann solltet ihr den deathmatch machen wo es zwei teams gibt da jedenfalls lassen abo da lassen leichter bleibt gesund tragt ihr meine maske raus geht aber auch einen schönen tag oder abend je nachdem man euch das video anguckt und ja bis zum nächsten mal euer kommander meck unterstrich hatte möglich macht mit euch sein